Hey Kleiner, hast du Rasierkling oder einen Arm oder Rattusklus? Er hat mich nicht... Ich glaub, der ist nicht stark. Guckt euch dat an, dat... Ja, warte, 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 was willst du denn? Er hat mich voll getroffen. Er hat mich geblendet. Meine Augen! Meine Augen! Sollen wir ihn von seinen Qualen erleiden? Ja. Der arme Klingel. Der Team. Oh Gott. Der Server crasht oder... Jo und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK. Hallo. Seht ihr die zwei hübschen? Wir haben was Spezielles vor für die beiden. Also, ihr habt ja in der letzten Folge den Ace of Dragons gesehen. Ja, der Prox, so hab ich ihn jetzt genannt, der wird sich darum kümmern, und die Gary ist halt jetzt zum, ja, Bodyguard, wa? Bodyguard, ja klar. Man sieht auch ihre Haare, man hat gerade ihre Haare gesehen. Sie wollte leider den hässlichen Afro nicht behalten, ne? Weil, ja okay, sie ist eine Frau. Es hat nichts zu ihr gepasst mit den riesen Kotletten von Wolverine. Es passt einfach nicht. Es passt auch nicht, das ist ein Zerpizino. Oh, ich seh das Level nicht. Wie viel Level? Ich seh's nicht. Warte, ich seh's aber, pass auf. Wie verziehst du das denn? Äh, ich hab doch zwei Spike-Labs. Also einmal Super-Spike-Labs und einmal... Warum seh ich nichts mehr? Warum ist das gerade so komisch? So, ich guck mal nochmal. So, er hat... Damit kann ich's nicht sehen, aber mit der Nummer 6. So, er hat Level 60. Lass uns den mal töten. Okay. Dann kriegen wir Dragon-Blut. Du gehst aber vor, ja? Hä, warum laufst du denn nicht gerade... Achso, ich war noch in Kamo. Hä? Okay, unten war aber die Leiste noch. Ich hab echt Angst jetzt, aber okay. Nein, 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 nein. Der dürfte uns nicht töten. Los, warte. Los, let's go, let's go. Ja, easy. Oh, der Arme. Äh, müssen wir die Tasche... Da war kein Dragon-Blut drin. Nee. Da war kein Dragon-Blut drin. Schade. Händen wir gut gebrochen können. Naja, wir begeben uns jetzt mal zum Ace of Dragon. Ich hoffe, wir überleben das bis dorthin. Aber ich glaub, wenn wir von hier... Ich glaub, von hier geradeaus gehen, dann sollte man nichts Gefährliches über den Weg laufen, oder? Das hoffe ich. Nee, nee, nee. Sieht auf jeden Fall gut aus. Da unten liegt was. Hier liegt was, Curry. Ist das Jiggy? Ja. Sieht aus wie Jiggy. Dann war es bestimmt der Fahrer. Jiggy, lebst du noch? Ach, das ist ein Eifer. Der hat Level 20. Ah. Sollen wir ihn von seinen Qualen erleiden? Ja. Der arme Kerl. Tätin. Ah. Oh. Oh Gott. Guck, der Server crashed, oder? Äh? Äh, wo ist er hin? Ach du Scheiße. Ach du, ich weiß es gerade nicht. Es lag gerade so dermaßen. Pass auf, pass auf. Neben dir steht der... Oh. Mein Gott. Was passiert gerade? Gary, lass uns mal hier weg. Es ist... Ich komme nicht mehr klar. Oh. Ein Riesenaffe. Geil. Ich habe es seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Oder ist das ein kleiner? Oh. Liegt er? Ja. Sicher? Ja. Ganz sicher? Ja. Aber er brennt. Ich guck mal kurz, ich guck mal kurz. Level 360. Willst du es mitnehmen? Hast du noch ein paar Bären oder so? Nee. Aber hier sind doch Büsche, Mensch. Ja, Büsche. Ich habe doch keinen Bock jetzt zu sammeln. Der Eiferpaarer. Nee, der macht schon nichts, oder? Wie viele Level hatten der? Warte mal. Bevor jetzt irgendwas schief geht. Zeig mal. Level 60. Ey, ich will mich kurz mal um den kümmern, ja? Willst du mitmachen? Ja, klar. Oder? Ich glaube, ich kriege schon alleine. Ach. Ach, guck mal. Ein Biss. Ein Biss. Das passt. Komm. Futter, 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 Futter. Vielleicht hat er ja ein paar Bären in seinem... Danke fürs Feuer. Nice. Okay, dann lass uns mal kurz Bären suchen. Und dann reiten wir aber trotzdem noch weiter weg, ja? Ja, klar. Dann lassen wir den schon mal in Ruhe. Und dann werden wir sehen, ob er es überlebt. Oha, guck dir seine Prozentzahl an. Ja, pass auf. Wir gucken, ob er es überlebt, ja? Ja. Pass auf. Wir gehen jetzt weiter. Der hat jetzt jetzt Tame XL bekommen. Und ja, hoffen wir mal, dass er jetzt nach dem Rückantritt, dass er noch überlebt hat. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Ein Wehrwolf, oder? Doch, doch, doch. Das ist ein Wehrwolf. Ja, geil. Der Wolf fliegt heran oder nicht weg. Der lässt sich erst mal verflügeln. Level 180, guck dir, wie brutal der aussieht. Der Wolf. Hier, dreh dich mal, dreh dich mal. Alter, wie breit der aussieht. Digga. Ist sogar ein Mädchen, ist das. Dann sagst du, Digga. Pass auf, hinter dir ist ein Trochodon. Ja, guck dir an. Das sieht gerade aus wie ein Mann. Hey, Kleiner. Hast du Rasierklinge unter den Arm, oder was ist los? Pass auf, pass auf, pass auf. Er hat mich nicht... Ich glaube, der ist nicht stark. Bite enable. Warte mal, der greift gerade... Aua. Alter. Der geht nicht mit einem bis down. Zwei. Doch, jetzt haut ab. Harte auf uns. Ah, er schläft. Sie schläft, sie schläft. Hi. Hübsche. Okay, ist doch ein Mädchen. Also, sie hat Lippenstift an den Lippen. Schwarzen Lippenstift. Nein, ist ja wie beim Hund. Äh, was ist denn der jetzt? Ich würde sagen, eher Fleisch, wa? Fleisch, ja. Komm, den müssen wir jetzt aber mitnehmen. Würde ich hier... Fliege. Hau du ihn da rein, Tame XL, Dings rein. Oben ist ein Troodon. Habe ich doch gerade gesagt. Ach, hast du gerade gesagt. Ja, da ist einer. Warte, warte, weg, 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 weg. Weg mit dir, weg mit dir. Da ist auch noch einer hier. Ach nee, das ist ein Dilo, aber egal. So, ich soll den Tame XL reinknallen. Ja, du hast ja zwei, ne? Ich hab dir jetzt zwei. Ähm, ich hab zwei, ja. Gut. Hast du keinen Primate? Doch. Ja, dann knallen das doch eher rein. Ja. Hast du? Hast du? Ups, ja. Oh Gott, die ist fast tot. Sie hat aber 14.000 Leben. So. Hey, hey, hey. Was ist hier noch eher? Du kommst jetzt leider mit, ähm, wir hoffen mal, dass du überleben tust, aber beim Drachen wird es ein bisschen eng. Wir werden aber auf dich aufpassen, hoffentlich. So, wir nennen sie jetzt Wolfie, ja? Ach, ist sie schon fertig? Ja, wir... Ach, die kann ich sogar reiten. Ich hoffe, ich knall jetzt nicht unter die Erde. Guck mal hier an, wie schnell. Oh. Hat die... Ach. Hey, man hört nichts. Hörst du was? Nö. Mädchen, also deine Stimmbänder müssen wir noch trainieren. Mal sehen, kann sie noch irgendwas auf X? Nee. Huh. Oh, ich hab grad gedacht, so scheiße ist es durch die Erde. Nee, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Wo war denn der Drache? Der müsste jetzt eigentlich, wenn wir hier runtergehen, müsste der rechts sein, oder? Ja. So, ihr beide wartet mal hier. Gary, äh, ach, dein Alu muss auch warten, ne? Ja. Oder, warte, ich will nur kurz gucken. Das ist echt eine Höhle. Hä, oder... Ich guck mal kurz. Nee. Hier kann man sich ein kleines Lager aufstellen. Gary, hier hätten wir uns als erstes hinschlagen müssen. Zeig mal her. Hier, guck mal. Ach. Ja, wie geil ist das denn? Ja, okay, cool. Eine kleine Höhle. Ja, geil. Kommt man nicht mit den Alus hier durch? Äh, weiß ich gar nicht. Ich, äh, warte, ich versuch's. Oh, Skoppy. Du musst kurz weg. Dankeschön. Skoppy. Nee, der ist... Die kommt durch. Äh, aber gerade so. Äh, und ansonsten, ja, kannst du durch die Decke gucken. Und durch die komplette Welt. Okay, aber bevor wir hier feststecken, müssen wir raus. Was? Oh, nee, nee, nee. Alles gut, alles gut, alles gut. Wolfi, komm mit. Ab hier. Der ist in der Höhle reingelaufen. Wollen wir ihn erstmal da stehen lassen? Der lass ihn da, lass ihn da, lass ihn da. Wenn er schon in die Höhle reingelaufen ist und ist mir nicht hinterher gelaufen, soll er ruhig da bleiben. Also soll sie ruhig da bleiben. Da ist er doch. Nee, ist er das? Ja, ist er. Sicher? Ja. Ich guck mal ganz kurz. Doch, 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 das müsste der sein. Das müsste der wirklich sein. Ich konnte jetzt gerade sein Level und so nicht sehen, aber das müsste der sein. So, Leute, ich hab euch das noch nicht gezeigt, aber wir haben vom Combound-Bogen... Was für ein Alpha ist da? Ja, wo ist ein Alpha? Achso, das bist du. Wir haben einen Combound-Bogen und zwar haben wir die Crystal... Arrows haben wir jetzt, aber wir haben nur eine geringe Menge. So, oh, Terranodon, gibt's ja richtig Gas. Oha! Nee, wir haben uns... Ja, ich kann euch das mal hier demonstrieren hier. Wir haben diese schönen Farben... Die haben hier sogar Farben. So sieht man nichts, aber so gelb-blau sind die. Passt zu Eternal. Ja, ich weiß nicht, wie viel Torpor der kriegt. Also, ich weiß es nicht. Oh, da oben ist ein Alpha, Terranodon. Ja, pass, ich versuch mal jetzt was, ja? Wir müssen den einmal attackieren. Einmal. Hab ich getroffen? Nee, fast knapp. Wir müssen den mit den normalen Pfeilen eigentlich anlocken. Ja, ich versuche gerade ihn zu treffen. Versuch ihn mal abzuschießen. Aber das klappt irgendwie noch nicht so. Ich hab einen Plan. Terranodon, bring mich mal zum Drachen. Oh, ich hab ihn perfekt getroffen. Wie viel Level hast du? Level 80, den willst du aber nicht haben, oder? Das ist ein... Ich weiß ja nicht, wie wir die zählen können. Guck mal. Ha, er hat losgelassen. Warum? Egal, wir müssen ihn kriegen hier, der Drachen. Der Drache, wir müssen ihn. Mach mal ran. Geht? Okay, lass die Leine los. Mach ich, mach ich, mach ich. Viel länger, viel länger. Mach ich, mach ich. So, ich sag, wenn du mich... Das ist eine Krake. Ich hab noch nie eine Krake gesehen. Okay. Und was ist das? Das ist ein Megalodon. Du weißt, es geht nicht sehr weit, ne? Ja, ich versuche... Ah, das ist eine Krake. Die ist ganz still, ist die. Warte mal, wie viel Level hatten die? Oh. Was denn? Hier bebt die Bär... Oh, hier bebt es, hier bebt es, hier bebt es. Du so teutes. Hier bebt es. 160, ja, ich komm... Zieh mich ran, zieh mich ran, zieh mich ran, zieh mich ran. Wo denn? Es bebt hier. Nein. Doch, bei mir bewegt sich hier alles. Äh, warte. Ist das da wegen... Ey, ist hier, Drake. Wo kommt der denn her? Ist so ein Level 40. Alter, wie brutal der aussieht. Pass auf, den kranken wir uns als erstes. Los, steig mal auf dein Alu. Ich geh hinten auf ihn rauf. Los, let's go. Geh, weh, weh, steh mich rein. Los, Drache. Tut mir leid, tut mir leid. Aber wir zählen mich jetzt. Oh, er liegt schon, er liegt schon. Und er ist fast tot. Oh, ich glaub, die Schildkritte tötet ihn. Die Schildkritte tötet ihn. Ich komm nicht da hin. Die Schildkritte hat ihn getötet, oder? Ne, sie liegt auf. Ich hab sie ja auch betäubt. Oder was du das? So, zeig dich mal, Drache, zeig dich mal. Äh, ja. Also auf jeden Fall Level 40. Seine Stats, wie sehen die aus? Na, ich denk mal, na. Ah. Nicht der Rede wert. So. Töten. Komm her. Ne, 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 nicht töten. Lass ihn ruhig. Dann steht er doch wieder auf hier. Ne, lass ihn hungern. Lass ihn hungern. Okay. Ist egal. Los, Endehaken an mich ran, bitte. Hast du? Ja. Super. Halt die Stellung. Wünscht mir Glück. Ich hoffe, die Krake kommt nicht. Mal sehen, hält noch. Ne, ab hier geht's nicht mehr. Okay. Ich versuche... Alter, ist das auch einer? Weiß ich nicht, aber der sieht nicht so gut aus. Ja, aber das Problem ist, ich treffe ihn nicht. Kann das sein, dass von der Ranger, dass die Pfeile nicht mehr funktionieren? Alter, das ist wegen deinem Endehaken. Äh, ich würde sagen, lass mal Endehaken los. Super. Du wirst ab jetzt auf dich allein gesteckt. Ja, ist kein Problem, kein Problem. So, ich versuche mal weiter geradeaus zu gehen. So, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Komm, komm, komm. Ich habe hoch genug gezählt. Ach, das ist nicht möglich. Der fliegt die ganze Zeit seine Runde, aber ich treffe ihn nicht. So, wir haben uns das jetzt ein bisschen anders überlegt. Äh, sieht nicht so gut aus. Man kann ihn irgendwie nicht treffen. Wir haben, weiß das nicht, wie viele Schüsse verbraucht. Also, ich habe jetzt unten noch 53. Ich weiß nicht, was ich vorher hatte. Ich glaube, 80 ungefähr. Ist egal. Wir gehen jetzt einfach darüber zur Insel. Und ich denke mal, dass wir ihn da besser treffen könnten. Also, ich hoffe es. Piranha ist auf jeden Fall eine Menge. Piranha ist nicht schlimm. Hauptsache, die Krake kommt nicht. Ein pinker. Dort. Ein pinker Mega-Piranha. Rechts kommt auch noch einer. Rechts kommt noch einer. Hinter dir kommt ein kleiner. Welcher? So, ich habe auch schon drauf gebissen. Ich muss jetzt aber weiter. Oh, egal oder kommt, egal oder kommt. Von wo geradeaus? Ja, ich schwimme auf ihn zu. Okay, okay, ich komme mit, ich komme mit. Hi, Mega. Nee, weg ist er. Dort. Alter, wie viele Piranhas sind denn hier? Und dann sehen die auch noch so komisch aus. Ähm, wir könnten den Drachen... Warte, er hat mich direkt hinter mich geknämpft. Ich kriege den echt nicht weg. Ja, warte, warte, warte. Ich helfe dir doch, ich helfe dir doch. Oh, der war pink-gelb. Ähm. So. So, zeig dich mal, Drache. Was bist du eigentlich? Das ist auch noch ein AC-Train, Level 180. Warte mal. Das ist ein Female. Und das... Wow, wow, über uns, über uns, über uns, über uns. Vorsicht. Ja, ich sehe ihn. Ist auch ein Female. Aber Level 300. Warte, ich habe ihn betäubt. Oh Gott, er ist gleich tot. Er ist unconscious. Du kommst mit, kleiner. Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Du kommst mit, kleiner. Er hat meine Augen geblendet. Ich sehe erst auf gerade nichts. Ich gucke gerade, ich gucke gerade, ob er angegriffen wird. Oh, hier sieht das voll schön aus. Lass ihn mal, lass ihn mal tot. Lass ihn mal tot? Welche Stelle hat er denn? Level 80 nur, aber ist egal. Man kann ihn vorsichtshal... Da fliegt auch noch ein kleiner Bossdrache. Ein ganz kleiner. So, jetzt müsste man ihn ja eigentlich treffen können. Oh, jetzt sage ich unsere... Ja, okay, nee. Ach, jetzt sehe ich, wie unsere... Oh, über uns, über uns, über uns, über uns. Ach, eine Ente. Lass die Ente in Ruhe. Lass die Ente in Ruhe. Kleiner, komm, 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 komm. Komm runter zu uns. Warte, wir müssen ihn locken, wir müssen locken. Alter, du schieß deine Poisonfelle, hast du gesehen? Wird der Drache da oben? Ja, der Poisonfelle geschossen. Drache! Komm, wir wollen dich haben. Wir haben gesehen, was du kannst. Also gehörst du uns. Er hat die Ente getötet. Wo ist er hin? Da. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Nee, 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 komm mal her, komm mal her hier. Komm mal her. Autsch. Nein, 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 er geht weg. Komm bitte, habe ich getroffen? Nein, habe ich nicht. Er kommt hierher, er kommt hierher. Wir müssen ihn treffen, wir müssen ihn treffen. Und? Der müsste sitzen. Hä? Der sitzt nicht? Ich treffe ihn nicht. What the fuck? Hi, Manta. Guck mal, die können doch übers Wasser überleben. Ja, die können drüber springen. Halt, hier über uns. Und wir haben es nicht gesehen. Angriff, Angriff. Sofort hinter, sofort hinter. Er steht, er steht. Ich kann nicht auf mein Ding drauf. Hier ist gerade vor der Back. Hinterher, hinterher, hinterher. Und er tut wie er fliegen, er tut wie er fliegen. Er fliegt einen Terran oder einen hinterher. Komm, nimm mich, Kleiner, nimm mich. Ja, komm. Ich treffe ihn nicht. So, jetzt aber. So, er hat es auf mich abgesehen. Komm her, komm her. Ich warte auf dich. Zieht der viel ab? Der haut ab, der haut ab. Ich habe ihn einmal getroffen, aber der fliegt weg. Warum? Hä? So viel habe ich ihm doch gar nicht angetan. Nein. Er kommt zurück, er kommt zurück. Komm her, komm her, komm. Guckt euch das an, das. Ja, warte, warte, warte. Was willst du denn? Was willst du denn? Oh, er hat mich voll getroffen. Er hat mich geblendet. Erstaunt. Ups, jetzt habe ich aber nochmal drauf gehauen, oder? Ich weiß es nicht. Bist du das da neben mir? Oh, guck mal, wie geil der liegt. Ach, wie hübsch. Du siehst echt hübsch aus, Kleiner. Oh, jetzt will ich aber den anderen auch noch haben. Ja, 180. Oh, sogar Wifi-Milch ist drin. Wo ist der andere? Dragon-Milch. Der ist auf der anderen Seite wieder. Der will uns doch echt verarschen, ne? Pass auf. Zähm ihn. Und dann rüber. Ich will den anderen auch noch haben. Tame-Mix. Ach, scheiße, wir haben gar kein Fleisch, wa? Wir müssen ihn hier lassen und den nächsten hoch. Oder willst du kurz hierbleiben? Ich bleib kurz hier. Und ich kümmere mich um den anderen. Und du gehst drüber, genau. Okay, ähm. Ich laufe gegen irgendwas Unsichtbares. So. Ist egal. Ach so, was ist mit denen eigentlich? Das müsste doch... Der müsste doch auch noch leben. Oder? Ja. Das bestimmt hat mir Suppe hin, oder? Der hat noch Suppe in sich. Also, Milch. So. Äh. Bisschen Fleisch kriegst du jetzt, waifern. Deswegen, isst mal hier ruhig. Ich hab da jetzt ein Prime mit drin gehabt. Aber ich will gucken, wie viel du jetzt isst. Jo, wir haben ihn ihn. Ja, geil. Ähm. Ja. Fliegst du? Fliegst du, oder? Das ist ein Acid-Aced-Waifern. Ja, geil. Oh, der sieht ja wunderschön aus. Oh, der sieht... Was hat das denn? Hast du dich verschlüpftet? Ja, der sieht voll gut aus. Der ist so... Da hat's eh die Sprache verschlagen. Ja, genau. Dann kann ich auf den jetzt reiten? Nee, wir brauchen einen Sattel für den. Das war bei dem Fire Dragon genau dasselbe. Mist. Ach, Kleiner. Du bist so hübsch. Aber ich kann dich leider nicht reiten. Oh, er geht auch schon bei der Hälfte. Ich hab noch nicht mal ein Tam XL reingetan. Hast du noch keinen Tam XL reingetan? Ach, 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 ach. Hast du gut gegessen. Hast du gut. Mach deinen Magen voll. Dann geht's ab rüber. Ich warte auf euch. Ich warte auf euch beiden, ja? Ja. Komm. Komm, Weifern. Guck mal, dein Kollege wacht gleich. Der ist aber gar nicht so groß, ne? Guck ihn mal an. Da oben. Okay, es sah nur eigentlich so aus, weil ich auf einen großen Kanu drauf bin. Ja. Der... Hi. Der ist auf allen vier Pfoten? Aber wir brauchen einen Sattel für den. Ja. Der hat... Alter, wie geil ist das denn? Hallo. Oh, warte mal. Ich will mal kurz mit ihnen einmal Gassi gehen. Der darf jetzt ganz zu fliegen. Ach, der darf jetzt fliegen. Ich hab gedacht, der geht jetzt. Boah, hübsch, hübsch, hübsch. Du nimmst den kleinen Acid-Wifern, ja? Jo. Wir müssen den Raper. So, Leute. Wir haben ja jetzt schon insgesamt vier Viecher gezähmt. Und der Drache kommt runter. Der Drache kommt runter. Ich jetzt. Er kommt runter, er kommt runter. Ich hab sie auf neutral gestellt, weil die machen extra Päusen. Deswegen können wir ihn sofort zähmen. Ich hab aus den Augen verloren. Ah, hier ist er. Hier ist er. Komm runter, komm runter. Oh Gott, war das noch ein Drache? Nee, war ein Terranodon. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich bin hier weit vor, Leute. Da, über uns, über uns, über uns. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Oh Gott, ich sehe gar nichts mehr. Äh. Passiv, passiv. Nein. Die fliegen weg, die fliegen weg, oder? Ich glaub, einer ist weg, einer ist weg. Ich könnte beide aber auf passiv stellen. Nee. Beide sind auf passiv. Ja? Ja. Und... Oh! Juhu. Das sah gerade aus, als ob da irgendein großes Viech zu mir kommt. So. Neutral, neutral. Los. Greift an. Nee, die greifen richtig an. Mist. Okay, kommt runter, kommt runter, kommt runter. Die dürfen jetzt nicht sterben. Ich setz mal jetzt einen Kristall, äh, Päusenpfeil ein. Ist das? Ich auch, ich auch, ich auch. So, ich hab einmal getroffen. Ah, komm runter, komm. Äh, ich wollt grad sagen, der liegt. Aber ist nicht, ist nicht. Komm her, komm her, komm her. Jo, ich hab nochmal getroffen. No. Meine Schuhe sind kaputt. Oh, oh. Danke. Oh, er fliegt echt lang, oder? Oh, der ist guckt. Ich bin, ich bin noch extra auf den Alu gestiegen. Der Alu kann ihn nicht einmal treffen, weil ich bin so richtig geslowed. Okay, er ja auch. Oh, oh, pass auf. Oh. Er ist down, er ist down, er ist down. Oh, danke, Alu. Prox, du bist der Beste. Oh, du liegst im Boden drin. Zeige dich mal. Er ertrinkt. Guck dir sein Gesicht. Er ertrinkt, er ertrinkt, er. Warum? Nee. Weil sein Kopf unten im Wasser ist. Nee, bei mir nicht. Bei mir liegt er unten im Boden drin, so fast. Okay, so. Ich würde sagen... Warte, ich hab Primit hier von, ähm, Prox. Ich, ich, ich setz ihn jetzt in Tame XL rein, ja? Jo. Einmal das und dann das, bitte. So, du kannst jetzt futtern, was du willst. Äh, zack. Alter, wie hübsch der einfach aussieht. Ja, das sehen wir jetzt... Oh, der ist jetzt gleich oben. Das geht ja richtig schnell. Ich hätte ihn gar nicht geben müssen. Oh. Oh, ja, geil. Jo, super. Alter, in dieser Folge sind wir ja richtig weit gekommen. Okay, wer weiß, wie schnell die wieder sterben werden. Oh, ich liebe das aber. Guck mal, ich hoffe, der tut jetzt nicht fliegen. Ich hoffe, der geht jetzt. Nee, er wird fliegen. Ja. Bist du sicher? Na, egal. Fliege mal. Ha, beautiful. Äh, mal sehen, mal sehen. Wer sieht besser aus von den beiden? Na, ich würde sagen, eher der Schwarze. Der Schwarze sieht auf jeden Fall besser aus. Auf jeden Fall, ja. Guck mal, ich hab gesehen, da drüben ist noch ein Dodo. Hier, guck mal. Das ist ein Prime-Dodo sogar. Einmal draufweißen, dann ist er tot. Nein, der kann für uns Narcotics uns zusammeln, äh, Narcoburys uns zusammeln. Ach stimmt, auf ihn kann man ja reiten, ne? Ja. Passiv. Auf jeden Fall war es das hier von der weiteren Folge Arc. Oh, die, die Drachen sind mega geil. Wie findet ihr sie? Also, ich, ich kann mich da nicht beklagen. Oh, und gerade die, ich sag mal, Drachen sind ja eigentlich, laufen auf ihren zwei Beinen. Aber das, so, so sieht's mega geil aus. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn die gehen damit. Na ja, wenn euch natürlich die Folge gefallen hat und die Drachen, dann lasst uns doch einfach einen Kommi oder ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüüüüü. Untertitelung des ZDF, 2020